Hallo, heute spielen wir wieder mal Super Mario Bros. Uni und ich habe mit meinem Papa schon zweimal gespielt. Das erste Mal hat mein Papa gewonnen mit einem echt argen Showdown und beim zweiten Mal habe ich. Deswegen haben wir jetzt ein 1-1 und wir spielen uns die Revanche da im ersten Level aus. Wenn es euch gefällt, gebt es einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ja dann las geht's. Ich habe unseren Baby Joschi mitgenommen, falls ich es gesehen habe. Aber den brauchen wir nicht. Hä? Hä? Nein! Na! Ich glaube jetzt müssen wir es nochmal spielen. Jetzt haben wir keinen Sieger. Kleine nochmal. Let's go! Magma mitreden. Nein, das war gerade füß. Immer da oben bleiben. Komm schon, Maxi. Nein! Das ist gerade blöd. Das ist sehr blöd. Nein, nein, nein. Nein, das ist ganz blöd. Ja. Und raus bin ich. Äh, komm schon. Yes! Ich hasse die Dinger. Nein, ich bin klar, ich bin klar. Mein Papa hat kein Leben mehr. Das heißt, eigentlich ist das eh schon ein Sieg für mich. Oh mein Gott, das ist auch viel ein Vorteil für mich. Pech für Papa. Oh mein Papa. Oh mein Papa. Oh mein Papa war schon hin. Ich habe es unvermasselt. Aber wir spülen uns das aus. So, eine dann nochmal. Komm schon. Let's go! Magma mitreden. Woah. Hä? Woah. Das ist cool. Nein, nein, nein. Nein! Und ich habe keine Lippen mehr. Ich muss warten, bis mein Papa hundert Münzen sammelt. Das ist irgendwas. Er sollt sterben. Stirb, Papa. Komm schon. Selbstmord. Hä? Kein Selbstmord? Schott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, der gewinkt das Haus hoch. Und verbrennt das. Ja. Oh mein Gott, das war gerade richtig gut. Ein extra Anlauf. Ja, ja. Das hat mir jetzt genau gepasst. Heine da wieder. Let's go! Langsam kommt mir vor, wir werden es beide nicht schaffen. Niemals. Das weiß ich. Woah. Ha. Das gefällt mir erst so recht. Wiei. Woah. Überall sind die kleinen Dinger. Hey. Wir warten. Nein, nein, nein! Wow, das war gerade knapp! Nein! Yes! Komm, 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 komm! Ja! Gewungen! Da, 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 da! Level beendet! Ha, ha, ha! Zwei, eins für mich! Das war jetzt ein Sieg! Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Video! Tschüss!